Wir haben einfach 3.35 Uhr morgens früh, es ist noch dunkel draußen, aber für euch bin ich auf jeden Fall stark, weil es gibt neue Informationen zur Season 6 Event und da gehen wir jetzt rein. Also lasst mir gerne meinen Däumsch noch oben da und ein Abo, das supportet mich sehr, danke. Ja und damit herzlich willkommen zu den neuen Informationen rund um Battlefield 2042. Gut, dass du eingeschaltet hast, denn so bleibst du auf jeden Fall up to date rund um Battlefield. Morgens früh in Deutschland hat DICE schon die ersten Screenshot Teaser zum neuen Halloween Event für Battlefield 2042 auf Steam geteilt. Dies hat natürlich den Rundgang auf Twitter gemacht und jetzt haben wir diese Informationen, um sie zu verwenden für dieses Video. Zwar haben wir von offizieller Seite aus schon einen kleinen Teaser bekommen für das kommende Halloween Event auf der neuen Karte geheim. Und in dem sah man ja, dass man aus Kisten irgendwelche Zombies spawnen lässt oder zumindestens freilassen tut und der Spezialist sogar sich so stark erschreckt, dass er zurücktretet. Aber jetzt haben wir die ersten Bilder, wie auch unsere Gegner aussehen. Auf dem ersten Bild sehen wir, dass diese sogenannten Zombies nackt sind. Nein, das war jetzt ein Spaß, aber natürlich sind sie sehr entblößt, aber sie sehen sehr stark nach den Zombies von Call of Duty aus. Und was ich auch gut finde, weil ich dachte, okay, die Spezialistenskins, die wir im Battle Pass freischalten konnten oder im Store kaufen können, sind jetzt die gleichen wiederverwertbaren Skins, die wir dann zum Halloween Event bekommen. Und das ist tatsächlich nicht so, was auf jeden Fall sehr gut ist. Auf dem nächsten Bild sehen wir wahrscheinlich die Belohnungen für dieses Event. Wenn man zum Beispiel als Überlebender bestimmte lange Runden überlebt hat oder zumindestens eine Runde überlebt hat, kriegt man dementsprechend Belohnungen, in dem Fall diese Outfits oder Waffenskins. Weiter sehen wir ein kleines Detail, was natürlich wieder für das Infection-Modus spricht. Und zwar haben die Zombies oder die Supersoldaten in der Hand eine Axt und mit dieser tun sie die Überlebenden niederstrecken. Dies ähnelt sehr stark dem Infection-Modus, den wir schon mal hatten in 2042 damals zum Release. Oder halt in Call of Duty, das heißt die sogenannten Zombies, werden dann einfach alleine spawnen als erstes und dann mit der Axt versuchen, die anderen niederzustricken. Sobald sie das geschafft haben, werden sie ins Gegner-Team geportet und dann werden sie auch zum Zombie und müssen die anderen messern. Das Problem bei solchen Infection-Modus ist meistens, dass die überlebenden Spieler sich irgendwo verstecken, wo man als Angreifer, zum Beispiel als die Zombies, nicht wirklich gut rankommt, weil man halt unbewaffnet ist, bis auf einen Knife, muss man auf den Gegner zurennen und da wird man einfach abgeschlachtet. Zwar wird uns im Trailer gezeigt, dass es sehr spannend sein kann, diesen Modus zu spielen, könnte es auch, wenn die Spieler sich wenigstens richtig benehmen würden und frei auf der Karte rumlaufen. Aber ich denke, dass das genauso ausarten wird, wie jetzt hier hinten im Hintergrund im Gameplay, nur dass man halt hier nicht auf einer Brücke steht auf Geheim, sondern irgendwo in der Kuppel oben auf dem Berg. Das Einzige, was man dagegen machen könnte, ist, dass man sagt, okay, die Überlebenden haben nur eine Pistole und eine gewisse Anzahl an Munition und neue Munition zu bekommen, müssten sie auf der Karte rumlaufen und sich bei Munitionskisten, wie bei Hazard Zone, sich bedienen und dann wieder zurückzukehren. Und in dieser Phase hätten zum Beispiel die Untoten die Chance, die Kills zu kriegen. Warten wir mal ab, ob DICE dies bedacht hat. Im nächsten Bild sehen wir die Kisten, wo diese Zombie-Supersoldaten rausbornen. Man sieht sogar eine Schaltfläche, ob man damit irgendwas machen kann in Game, um zum Beispiel dadurch zu triggern, dass man gewinnt. Da müssen wir abwarten. Auf jeden Fall sieht es sehr cool aus. Und auf dem letzten Bild sehen wir, dass auch die ganze Sache auf anderen Karten stattfinden und nicht nur auf Geheim. Nachhinein ist mir auch aufgefallen, dass man hier zum Beispiel auch einen Skin für den Brawler sieht. Also Waffenskins, Outfits und auch Skins für Fahrzeuge sind für das Event vorgeplant. Auf Twitter postete DICE zum Beispiel die Karte geheim. Hierbei sehen wir in Infrarot, wo sich die meisten Spieler tummeln auf der Karte. Die dunklen Felgen sind die meisten Spieler unterwegs, die hellen eher weniger. Sehr interessant, dass die beiden Kuppeln sehr stark bekämpft sind tatsächlich. Und so ein bisschen rechts die Beispiel die D-Flagge Richtung Labor auch ziemlich stark bekämpft wurde. Cool, dass sowas möglich ist. Gestern wurde auf Steam die Höchstmarke von 103.000 aktive Spieler in 2042 zumindest auf dem PC gemessen. Dies ist sehr lange nicht mehr so gewesen, seit Release schon nicht mehr. Und das ist sehr gut für das Spiel. Vor allem hat ja DICE auch dafür gesorgt, dass die KI-Soldaten nicht mehr so häufig auftreten online. Und somit hat man jetzt echt häufig eine Runde gehabt, wo wirklich nur Online-Spieler drin waren. Und das hat eine heile Spaß gemacht. Natürlich haben wir das zu verdanken, dass zum Beispiel der Free Access existierte in 2042 bis zum 16. Aber man hofft ja natürlich, dass das jetzt auch so bleibt. Natürlich muss auch das Entwicklerteam jetzt Content nachliefern und nicht nur zum Beispiel es auf der Geheimkarte belassen. Aber da müssen wir auch abwarten, was DICE geplant hat in den ganzen 16 Wochen, die die Season 6 geht. Fun Fact, Battlefield 2042 hat viel mehr aktive Spieler als zum Beispiel das gehypte Spiel Battlebit Remastered, was jetzt nur noch um die 9000 aktive Spieler hat. Hey, wenn du Amazon Prime hast, vergiss nicht, deinen Drop zu aktivieren, denn du bekommst zum Beispiel jetzt wieder neuen Content für Battlefield 2042. In dem Fall kriegst du bis zum 7. November ein Angel Skin und ein Double XP kostenlos freigeschalten. Also einfach mal dein Spiel mit dem Amazon Prime Account verknüpfen und dann bekommst du die ganze Sache. Nun kommen wir zu einem großen negativen Punkt und zwar ein Glitch. Aktuell gibt es auf der Karte geheim einen extremen Glitch, was unbedingt DICE so schnell wie möglich fixen muss. Denn das ist einfach komplett OP. Ich bitte euch, ich weiß, dass der Reiz, diesen Glitch auszuprobieren, ziemlich hoch sein muss. Und das bei jedem von uns. Aber bitte versucht, diesen Glitch nicht zu machen und spielt bitte 2042 fair. Denn dieser Glitch ist sehr OP. Man kann zum Beispiel sich reinglitschen mit einer Spawnbeacon, wie man es gerade schon gesehen hat, und man kann sogar aus diesen unsichtbaren Wänden hinaus springen, um einen Gegner zu überraschen. Damals gab es auch schon Glitches in Battlefield 4, 3 und so weiter, aber da konnte man zumindest nicht durch die unsichtbaren Wände durchlaufen, weil das halt einfach geblockt hat. Hier kann man das und das ist sehr, sehr, sehr stark. Also die Bitte, nutz diesen Glitch nicht. Ich hoffe sehr, dass DICE dies so schnell wie möglich fix mit einem Hotfix, denn sowas hat im Spiel, vor allem auf der neuen Karte, wo jetzt aktuell sehr beliebt ist, nichts zu verlieren. Bevor du abschaltest, schau auf jeden Fall am 21.10. auf meinem Community-Server vorbei unter Portal. Vergesst nicht, Crossplay zu aktivieren. Und vor allem ist dieser Wänd nur für Next-Gen-Konsolen und für PC erreichbar. Alle weiteren Informationen findest du unter meinem Community-Tab auf meinem Kanal. Ein bisschen nach unten scrollen, dann findest du meine Posts. Oder schau dir auch meinen Gameplay-Trailer zum Event an auf meinem Kanal. Nochmal, benutzt bitte diesen Glitch nicht. Ich werde auf meinem Event auch die neue Karte spielen. Hierbei spielen wir zwar 24 gegen 24 mit 150 Tickets, aber wir spielen Rush. Aber auch dort werden wir irgendwann zu dem Punkt kommen, wo man da rein sich glitchen kann. Wenn ich jemanden sichte, der da drin ist, oder mir wird geschrieben, dass da drin Leute sich befinden und von dort aus Leute überraschen oder töten, werde ich diese sofort aus dem Server verbannen und ihr könnt dem Event nicht mehr beitreten. Ansonsten habe ich dazu nicht mehr viel zu sagen. Wir sind jetzt am Ende des Videos. Ihr seid jetzt up-to-date rund um Battlefield 2042. Mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen nach oben und ein Abo da lässt. Das ist Support für mich extrem und freut mich auch wieder euch im nächsten Video zu sehen. Also haut rein und bis morgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.